Ja, wir wünschen unseren Kolleginnen und Kollegen in Berlin, Brandenburg, Sachsen viel Erfolg in ihrem Arbeitskampf und unterstützen sie solidarisch mit gewissen Aktionen, wie zum Beispiel die Videobotschaft, die wir gerade hier machen. Ja, mein Name ist Axel Patze. Ich bin hier Betriebsratsvorsitzender in unserem Betrieb bei Siemens Healthcare. Wir stellen Röntgenröhren und Komponenten für Röntgenstrahler und Röntgengeräte her. Die Auftragslage ist sehr gut, die Auftragsbücher sind voll, wir arbeiten stellenweise Mehrarbeit, also alles EU. Ja, bei Siemens im Konzern ist es natürlich ganz wichtig. Es gibt halt immer noch die Unterschiede zwischen Ost und West. Unsere Kolleginnen in Erlangen und Chemnath arbeiten 35 Stunden in der Woche und wir in Rudelstadt müssen 38 Stunden in der Woche arbeiten und das ist für uns total unverständlich.